Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bayern München, Bundesliga, 2023-2024, dritter Spieltag. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München, Ergebnis 1 zu 2. Startelf, Borussia Mönchengladbach, Nikolas, Charlie, Friedrich, Eltura, Hüberg, Wickel, Reitz, Neuhaus, Norkomobilia, Café Kirchia. Startelf, Bayern München, Ulreich, Mazaruri, Upamikano, Kim, Tavis, Jodritzka, Kimmich, Sani, Thomas Muleach, Coman, Hevin Kane. Das war's von Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München, Wetter bei Gugheim, 19 Grad, 22.50 Uhr.